Bislang ist das Jahr 2023 ein vergleichsweise ruhiges Börsenjahr. Die Rentenmärkte stabilisieren und die Aktienmärkte erholen sich. Die Notenbanken nehmen etwas den Fuß vom Gas und die Inflation kommt zurück. Das war's, jubeln die einen. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, warnen die anderen. Wie Bert Flossbach die Lage einschätzt, darüber spreche ich heute mit ihm in unseren Quartalssplittern. Hallo Bert, schön, dass du da bist. Ja, Thomas, vielen Dank. Vielleicht mal ganz kurz Bullen und Bären, also die Optimisten und die Pessimisten an der Börse. Mit wem spreche ich hier heute? Mit dem Bullen, Bert Flossbach oder mit dem Bären? Man hat immer beides in sich, aber ich glaube, langfristig ist man besser aufgelegt, wenn man bullisch ist. Also zumindest zuversichtlich, nicht unbedingt naiv optimistisch, aber zuversichtlich. Und deswegen ist auch die Frage, ob das zweite Halbjahr so wird wie das erste oder schlechter, was angesichts des guten ersten Halbjahres wahrscheinlich ist, letztlich auf lange Frist eigentlich müßig. Also wenn wir über das zweite Halbjahr sprechen, halten wir hier schon mal fest, es wird vielleicht nicht so gut wie das erste, muss deswegen aber auch nicht zwingend schlecht sein. Kommen wir mal zu den Anleihen direkt am Anfang. Du hast in deinem Quartalsbericht von optisch ansprechenden Renditen gesprochen. Das schwingt schon so ein bisschen, also man stolpert über dieses optisch ansprechen, weil man denkt, wenn es optisch ansprechend ist, dann ist er eigentlich nicht so richtig glücklich mit dem, was er da vorfindet. Bei einjährigen Bundesanleihen habe ich doch aber jetzt schon wieder richtig Rendite, oder? Ja, das habe ich gemeint mit optisch ansprechend. 3,6, 3,7 aktuell Prozent hatten wir lange nicht mehr. Das war letztmals in der Finanzkrise oder zu Beginn der Finanzkrise 2008 der Fall. Also das ist schon optisch eine tolle Zahl. Nur gibt es eben zwei Unterschiede. Zum einen haben wir eine höhere, nach wie vor höhere Inflationsrate als damals, auch für die nächsten zwölf Monate, wo dein 3,7 Prozent da ja letztlich für gilt. Und zum Zweiten, das ist der größte Unterschied zu damals, wir haben eine inverse Zinskurve. Das heißt, diese 3,7 Prozent, die optisch sicherlich sehr ansprechend sind für eine top-sichere Bundesschatzanweisung, diese 3,7 bekomme ich nur bei kurzen Laufzeiten und habe dann natürlich in einem Jahr ein Wiederanlagerisiko. Will ich mir das Ganze sichern, auf zehn Jahre kriege ich nur 2,5. Sind, ist die Tatsache, dass diese 2,5 schon wieder als, boah, da gibt es schon wieder was. Ist das ein Beleg dafür, dass uns sieben Jahre Nullzins eigentlich so weich gekocht haben, dass da schon Jubelstürme wieder ausbrechen? Ich glaube ja. Es gibt viele Investoren, die noch nie eine Anleihe mit einer 2 vor dem Komma gesehen haben. Also Profis, die jetzt im Trading bei Banken sitzen oder eben auch junge Fondsmanager, die eine 2, geschweige denn eine 3 vom Komma, ganz zu schweigen von einer 4, gar nicht kennen. Und dann ist das optisch sehr ansprechend. Dann hat man erst mal wieder einen Zins. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Notenbanken ihr Inflationsziel erreichen von zwei Prozent, dann würde man meinen, dann ist es ja gut für Anleihen. Ja, nur ist eben das Ausgangsniveau relativ bescheiden. Denn der Realzins, wenn ich mit zehn Prozent, wenn ich über zehn Jahre mit zwei Prozent rechne und kriege zweieinhalb Zins, dann habe ich zweieinhalb minus zwei, habe ich ein halbes Prozent Realzins. Im günstigen Fall, dass die Inflation auf zwei fällt. Für ein halbes Prozent Realzins wäre vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder überhaupt in der Historie im Durchschnitt keine Katze hinterm Ofen hervorgekommen. Das ist eigentlich zu wenig. Ein, zwei Prozent. Das sind normalerweise die Größenordnungen, die langlaufende Bonds erwarten lassen. Und insofern würde ich sagen, ja, da ist sicherlich diese letzten Jahre haben die Leute so weich gekocht, dass jetzt eine Begeisterungswelle einzusetzen scheint, die für einen Buy-and-Hold-Investor, der sich heute eine Anleihe hinlegt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also heute kaufen und dann lasse ich die liegen bis zur Endfälligkeit, auch wenn ich sie jederzeit vorher veräußern kann, keine unbedingt wirklich attraktive Perspektive bietet. Glaubst du, dass wir beide nochmal Realrenditen sehen werden, wie wir sie aus der Bundesbankzeit gewohnt sind, gewohnt waren? Ja, unmöglich ist es nicht. Aber ich habe ja bewusst gesagt, ein bis zwei. Wir hatten ja auch zeitweilig drei Prozent und mehr. Aber wenn ich eine zehnjährige Anleihe mit den Kursrisiken, die die eben so mit sich bringt, kaufe, dann will ich ja schon mehr Zins bekommen als die Inflation. Sonst können wir ja gleich enteignen lassen. Und das war in der Vergangenheit eigentlich auch immer der Fall, bei Bundesanleihen zumindest. Und momentan sind wir so in etwa an dem Punkt, zweieinhalb minus zwei. Wie gesagt, ich habe ein halbes Prozent Vorsteuern. Aber es ist eine Rendite, eine Rendite, eine Realrendite, die nicht so schmackhaft ist, dass ich jetzt heute für langlaufende, sichere Anleihen trommeln würde. Naja, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Es wird ja über noch einen oder zwei Zinsschritte spekuliert. Würde das etwas ändern? Also, das würde insofern die Sachlage ändern, als dass das eigentliche Risiko, das ja im Raum steht, nämlich die Finanzmarktstabilität, dadurch gefährdet werden könnte. Weitere Zinserhöhungen haben natürlich auch Kollateralschäden, die die mit sich bringen, wie wir das im März jetzt erlebt haben mit den Regionalbanken in Amerika oder letztes Jahr schon im Oktober bei den Pensionsfonds in England. Und insofern wird es spannend sein, zu sehen, wie weit diese Zinserhöhungen überhaupt noch nach oben getrieben werden können, bis es irgendwo anfängt zu rappeln. Und dann käme es zum Schwur, oder? Das wäre der Showdown. Also dann, die Notenbanken wollen natürlich keine scharfe Rezession riskieren, obwohl sie es eigentlich müssten, um den Arbeitsmarkt einzufangen. Aber ich glaube, bevor das wirklich um die Wirtschaft geht, und das könnte so ein bisschen Hand in Hand gehen, also die Wirtschaft kommt runter, Schuldner geraten in Probleme, gleichzeitig haben wir aber auch durch die hohen Zinsen unabhängig davon Finanzmarktstabilisierungsfragezeichen, sodass die Notenbank dann einfach gezwungen ist, zu stoppen. Oder sogar den Fuß vom Gas zu nehmen, von der Bremse zu nehmen und wieder aufs Gas zu gehen. Also die Zinsen eher wieder zu senken, in einer Phase, in der diese Zinserhöhungen dann zu solchen Kollateralschäden führen. Wir wissen nicht, wann das kommt, ob das kommt. Ich würde aber fest einplanen, dass, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dass die Notenbanken dann relativ schnell auch wieder den Schalter umdrehen. Ich will jetzt nicht mit dir darüber philosophieren, ob jetzt ein oder zwei Zinsschritte überhaupt noch nötig sind. Aber wenn wir uns die Inflation mal anschauen, dann können wir zumindest für den Moment festhalten, ja, die ist von neun in den USA in der Spitze letztes Jahr auf jetzt drei gefallen. Wenn wir uns die Zusammensetzung anschauen und sehen, dass wir von der Energie hier inzwischen längst deflationäre Effekte haben und sich das Ganze mehr in Richtung Dienstleistung verschiebt. Was sagt das dann strukturell über die Inflation aus, die wir da sehen? Das genau der Punkt, auf den auch die Notenbanken achten. Die aktuelle Headline-Inflation, also dieser Konsumentenpreisindex in Amerika, du sagtest gerade zuletzt, runter auf drei, bedingt durch die stark fallenden Öl-, Benzin-, Energiepreise, ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Das wird auch wieder hochkommen, weil wir diese Preisrückgänge logischerweise nicht auf Dauer haben werden. Entscheidend ist aber, dass die Kerninflation, also der Inflationssockel, ohne Nahrungsmittel, Energie, der im Wesentlichen aus Löhnen, Dienstleistungen besteht, relativ hoch geblieben ist, immer noch so um die knapp fünf Prozent in Amerika. Und darauf achten die Notenbanken, weil dieser Inflationssockel sehr hartnäckig ist. Und den Inflationssockel kann man nicht so ohne weiteres bekämpfen. Wir sehen das ja auch hier, die Verhandlungen, die Lohnverhandlungen. Die Arbeitnehmer sind in einer sehr, sehr guten Position, Gewerkschaften in einer sehr guten Position. In Amerika kommt auf jeden Arbeitssuchenden 1,7 offene Stellen. Also auch das eine tolle Position. Und das hat dazu geführt, dass natürlich ein erheblicher Lohndruck vor allen Dingen in den unteren, mittleren Segmenten herrscht. Und dieser Lohndruck im Prinzip die Inflation zunächst einmal höher halten wird, als wir das früher erwartet hätten nach einem solchen Zinsanstieg. Das ist das Dilemma, in dem sich die Notenbanken befinden. Die können noch so stark die Zinsen erhöhen. Die Auswirkungen auf diese Kerninflation, die absoluter Fokus aller Zentralbanken ist, weltweit, sind einstweilen begrenzt. Und weil der Inflationssockel so hartnäckig ist und die Renditen eben so, wie wir am Anfang gesprochen haben, ergibt sich für dich daraus, dass Aktien nicht nur langfristig die höhere Rendite bringen, sondern wahrscheinlich für das Thema Inflationsschutz im Moment immer noch das bessere Instrument sind, oder? Ja, wenn man die Historie anschaut, auf jeden Fall. Aktien haben eben, ich habe gerade die Prämie, die man normalerweise für eine 10-jährige Anleihe im Verhältnis zur erwarteten 10-Jahres-Inflation haben will, weil man nicht so blöd ist und sein Geld 10 Jahre für zwei investiert, wenn man drei Inflationen erwartet. Bei Aktien hat man auf diese Anleihen eben nochmal eine Risikoprämie. Die kann man nicht ex ante messen, sondern nur im Rückblick sich lange Phasen angucken. Wir haben das ja mal gemacht, 20-Jahres-Phasen. Da war die schlechteste Phase 0,7 Prozent mehr pro Jahr. Das war die Phase, die in der Finanzkrise endete, also auf einem absoluten Tief. Und die beste Phase, die endete 1999, von 79 bis 99. Da war es 8 Prozent mehr, die Aktien gebracht haben, im Vergleich zu Anleihen. Und logischerweise hat man da auch erhebliche Realrenditen eingefahren, also abzüglich der Inflation, die noch höher waren als diese 8 oder im schlimmsten Fall 0,7 Prozent. Und nach vorne gehend, würde ich sagen, sind diese Größenordnungen, also diese Bandbreite wird weder nach oben noch nach unten durchstoßen. Die hohe Inflation führt aber dazu, dass nominal betrachtet eben sehr viele Firmen, die Kritik war ja laufend zuletzt zu hören, ihre Preise anziehen, sonst hätten wir auch keine Inflation, die Preise steigern können. Und damit bieten Aktien guter Unternehmen einen inhärenten Inflationsschutz, den Anleihen eben außer Inflationsindexierte, die aber sehr niedrig rentieren, nicht haben. Und das spricht in diesem Umfeld dafür, strategisch weiter signifikant im Aktienmarkt investiert zu sein. Und ein Bull-Bear-Geschichte vom Anfang, das kann dann mal etwas mehr oder mal weniger sein. Aber wichtig ist, dass man diese Kernquote auf jeden Fall aufrecht hält. Du sagst nicht Aktien, sondern du sagst ganz bewusst Aktien guter Unternehmen. Was macht für dich ein gutes Unternehmen aus? Wenn man auf die Erträge schaut, also die Gewinn- oder Cashflow-Entwicklung, eine möglichst gute Planbarkeit, Sicherheit und natürlich Wachstum. Eine Firma, die gar nicht wächst, aber sehr stabil ist, die muss nicht schlecht sein, aber die ist bei weitem nicht so gut wie eine Firma, die wächst. Die Finanzstarke ist viel wichtiger als noch vor zwei Jahren, als der Zins negativ war. Manche Firmen haben sich ja für null verschulden können. Das ist vorbei. Das heißt, hochverschuldete Firmen könnten, wenn die Geschäftsmodelle nicht ganz stabil sind, Probleme bekommen. Und das sind alles Elemente, die für eine Qualität, für eine hohe Qualität eines Unternehmens sprechen. Wir finden solche Titel traditionell im Konsumgüterbereich. Wir finden sie im Luxusgüterbereich. Wir finden sie aber auch im Technologiebereich, partiell auch im Healthcare-Bereich, also wo die Geschäftsmodelle eben eine gewisse Visibilität, wie man auf Neudeutsch abgeleitet so schön sagt, ermöglichen. Und die Annahmen, die ich mache für die Firma, die Annahmen jetzt nicht auf tönernden Füßen stehen, wie das jetzt bei einem zyklischen Unternehmen jetzt im Basisch-Chemie-Bereich der Fall ist. Du sagst, wir finden die. Ich sage jetzt mal, die zu finden ist vielleicht auch gar nicht so schwer. Sie zu einem Preis zu finden, der dann immer noch okay ist, das ist doch wahrscheinlich die viel schwierigere Übung, oder? So ist es. Und es gab mal so ein schönes Kürzel, gab Gross at Reasonable Price, also Wachstum zu einem angemessenen Preis. Gemeint ist beim Preis die Bewertung, ähnlich wie bei der Immobilie, gute Lage, aber jetzt nicht völlig überzahlen. Und interessant ist in der jetzigen Situation, dass die steigenden Zinsen die Bewertungen runtergebracht haben, in zum Beispiel diesem Konsumgüterbereich. Also eine Aktie wie Nestle ist heute mit 20 Mal die nach vorne schauenden nächsten vier Quartalsgewinne bewertet. Zurückblickend ist es ungefähr 21. Das ist wesentlich weniger als vor zwei, drei Jahren. Es ist etwas mehr als in früheren Phasen höherer Zinsen. Im Technologiebereich ist es witzigerweise so, dass obwohl ja die Gewinne weit in der Zukunft liegen oft und hohe Zinsen den Barwert entsprechend drücken, die Bewertungen, nehmen wir Microsoft jetzt mit 35 Mal, nach vorne guckend immer noch über 30, nicht gelitten haben unter den steigenden Zinsen. Die Aktien also relativ teuer sind. Jetzt sitze ich ja in den Meetings oft dabei, wo wir wirklich konkret über einzelne Unternehmen sprechen und dann auseinandernehmen, wie sieht eigentlich die Umsatzentwicklung, wie sieht die Margenentwicklung über die nächsten Jahre aus? Und dann wird der Ertrag der nächsten Jahre diskontiert auf den heutigen Tag mit einem Satz X. Und der setzt sich zusammen wie? Ja, dieser Diskontsatz oder Diskontierungssatz hat den sicheren Zins, in Amerika vier Prozent, für Zehnjährige, bei uns sind es knapp drei, die man dann nehmen würde. Wir nehmen sicherheitshalber mal den US-Zins, weil der für globale Investoren eigentlich der wichtigste ist, macht vier und schlagen da eine Risikoprämie, also einen Aufschlag drauf, den wir dem Risiko der Aktie oder der Planbarkeit der Erträge dieses Unternehmens als angemessen erachten. Das sind mindestens drei Prozent, vier und drei ist dann sieben. Kann mehr sein, acht, neun Prozent, je nachdem, wie stabil und vorhersehbar die Erträge oder die von mir gemachten Annahmen für die Ertragsentwicklung des Unternehmens ist. Und wichtig ist, weil wir das Thema Inflation im Vorfeld hatten, vor einem Jahr wurde geungt, dass die meisten Firmen nicht in der Lage seien, ihre Margen zu verteidigen, weil die Inflation nur auf der Kostenseite, aber nicht auf der Preisseite für die eigenen Produkte herrscht. Das ist intellektuell nicht ganz verständlich, weil wenn die Firmen die höheren Preise nicht weitergeben, habe ich ja auch keine Verbraucherpreisinflation. Das macht also nicht wenig Sinn eigentlich. Man kann höchstens sagen, wie viel davon. Und tatsächlich haben wir gesehen, starke Unternehmen konnten die Kostenerhöhungen komplett überwälzen. Also dieser Inflationsschutz ist da und ich würde die Firmen dafür auch nicht an Pranger stellen, dass sie das tun, weil die verteidigen letztlich nur ihre Position. Und das zeigt eben, dass Aktien solcher Firmen durchaus guten Inflationsschutz darstellen. Ich muss einen höheren Diskontierungssatz nehmen. Das drückt tendenziell die Bewertung, aber umgekehrt habe ich natürlich durch ein, zwei Prozent mehr Inflation, wie in der Vergangenheit, auch ein, zwei Prozent mehr Umsatz und Ertragswachstum. Ich will nicht sagen, hält sich die Waage, aber das sind zwei gegenläufige Komponenten. Und wenn man eine sehr sichere Aktie mal nimmt, also wo ich sehr gute Vorstellungen habe, wie viel die nächstes, übernächstes und in zwei, drei Jahren verdient, weil das Geschäftsmodell einfach so strukturiert ist, dass es keine großen Ausschläge gibt. Nicht bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs, typisches Beispiel. Aber auch durchaus bei dem einen oder anderen Technologiewert und Microsoft als Beispiel. Ich weiß eben aufgrund der installierten Basis und aufgrund der Breite, wie die Firma aufgestellt ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Gewinne dieses Unternehmens sinken. Ob die jetzt plus zehn Prozent oder acht Prozent oder sieben Prozent pro Jahr steigen, sei zunächst einmal dahingestellt. Aber Fakt ist, ich kann mit einer vergleichsweise geringeren Risikoprämie, sagen wir mal von mir aus vier, das ist der Durchschnitt, den der Markt in den letzten 60 Jahren in etwa hatte, der Aktienmarkt mit vier Prozent Aufschlag auf diesen risikofreien Zins arbeiten. Dann habe ich so Pi mal Daumen acht Prozent, mit denen ich das diskontiere. Man hört das ja daraus, das ist eine höchst individuelle Geschichte von Unternehmen zu unternehmen, trotz vielleicht gleichem Sektor und gleichem Kontinent eine völlig andere Nummer. Und damit ist dann nicht getan, von oben top down gewissermaßen irgendwo auf einen Markt KGV oder sowas zu schauen. Und es ist subjektiv dahingehend, dass ich natürlich sagen kann, meiner Meinung nach ist die Visibilität, die Stabilität, die Qualität eines Unternehmens, nehmen wir Microsoft als Beispiel. Wir haben die Aktie im Portfolio oder Nestle, andere Aktie, ist hoch. Die ist so hoch, dass ich mit drei Prozent Risikoaufschlag oder mit vier Prozent Risikoaufschlag arbeite. Das ist natürlich im gewissen Sinne subjektiv. Das ist ja das Schöne, das kann man nicht verwissenschaftlichen. Also das lässt sich nicht wirklich präzisieren. Und deswegen gibt es ja auch immer einen Käufer und einen Verkäufer. Wird ja sonst auch nicht der Fall sein, wenn alle exakt der gleichen Meinung sind. Aber konstatieren, wenn man jetzt nach außen einfach mal ganz kurz das Bewertungsbild skizzieren möchte. Viele dieser Qualitätstitel sind teurer geworden. Einige mit hoher Stabilität und weniger Wachstumspotenzial. Nehmen wir die Nahrungsmittelhersteller, die Konsumgüterhersteller aus dem Bereich. Da sind die Aktien günstiger geworden. Die hängen etwas stärker am Zinsniveau. Und deswegen hat eben so ein Titel wie Nestle heute auch eine Bewertung, die eben deutlich niedriger ist als noch vor etwa zwei Jahren. Also ich fasse das mal zusammen. Aktien, und zwar Aktien guter Unternehmen. Qualität ist weiter erforderlich und bietet langfristig nicht nur die besten Kursperspektiven, sondern eben auch einen Inflationsschutz. Aber, Bert, Qualität hat ihren Preis eben aber auch nicht jeden. So können wir das zusammenfassen. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Wunderbar. Dann ist das unsere Einordnung für heute. Danke dir, Bert. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wenn Sie wollen, dann sehen wir uns zu den nächsten Quartalssplittern wieder im Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.